er ja sonst ist man doch übelst langen so haben wirklich im wasser fein die mann warum kommt man bitte kurz nie kommt ich komme nicht mehr hoch doch hochfliegen ich bin auch immer an da musst du halt schwimmen junges dreamer tue ich schon ich schwöre ich schwöre auf alles was ich hab du machst auf deinen kanal jetzt auf anime 10 hören die mich ich schätze mal ich glaube warte mal wo ist mein telefon ich guck mir jetzt dein iphone schümmel jajajajaja jajajajaj siehst du mir in den stream fortleid der stream heißt auch an mitsehen ja ich hab's okay er war ich guck einmal mein eigenes stream läuft bei mir gucken gucken schreibt man was schreibt man was in chat ich kann das glaube ich gar nicht doch man kann immer schreiben ich weiß nicht ich hoffe es schreibe ich denn ihm geht nicht mehr damit wir bis an du das internet und etwas da rein aber jetzt ja wo bist du warte jetzt mal only one minute only one minute aber wie schreib ich da einfach in den chat aber wie schreib ich da einfach rein da steht da unten steht doch im chat ich gehe mal auf mein handy in den stream hab ich ich mach das mal eine miete was ich kann nur einen daumen nach oben geben egal ich brauche ich lasst doch gerne einen leute lasst doch gerne einen daumen nach oben da und abo würde mich sehr sehr freuen ich glaube lass jetzt mal bauen warte ich kack um mein haus aber digga die äh 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 die insel scheiße da ist ein bisschen ich bin im stream ja aber diese inseldings ist sehr groß diese insel ich schreib mal was im chat Guck, 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 du kleinen Schlappe, guck mal, wer da ist. Da, aber es ist alles voll unscharf. Was für unscharf? Ja, keine Ahnung, ist auch egal, ich brauche nichts zu schreiben. Auf jeden Fall, ich mache jetzt meinen Hauch in diese Scheiß. Egal, YouTube, nehmt das nicht zu ernst, alles gut. Auch das nicht zu ernst nehmen. Leute, ich hab kein Corona. Er hat zwar Verkaufs auf Corona, aber er hat kein Corona. Ich hab kein Corona. Aber du hattest Verdacht. Ja, Verdacht hatte ich, du. Weißt du, was das Ding ist? Jetzt sehe ich auch Arne ohne Waffen. Ich sehe deine Waffen. Äh, 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 äh. Weee. Weil du streamst. Ich sehe wohl deine Waffen. Ja, Mama, siehst du mich auch fliegen? Ich sehe dein Leben fliegen. Ich sehe gerade mein Gehen fliegen. Was ist denn was nicht existiert? Ich weiß. Ich weiß nicht, welches Haus hier spannen soll. Ich weiß nicht, welche Hure du seilen sollst. ich könnte auch gleich noch ein anderes spiel spielen soll ich sagen welches ja das habe ich damit spielen hast du dich wenn ich dann nicht mitspielen kann dann war nein dann wenn du nicht mehr spielst ja war man dann vielleicht sogar das ding ist ich sehe jetzt alles was du machst rein wirklich alles ich hab ne wache haben wir nicht mal so etwas da konnte man so nach unten gehen wie nach unten gehen da hatte man ein gebäude und da konnte man nach unten in so ein fbi raum gehen ja ich muss auch selbst erstmal gucken welches das war ich komme wieder runter ich fliege youtube nicht zu ernst nehmen alles gut gut ich will nicht gestrikt werden ich mach das nur aus spaß alles gut herr dicker wie platzi ich sowas erschießen das war nicht geplant siehst du das war ich kann ich sehe gar nicht ich suche das gebäude raus gibt's nicht mehr danke die garmische stoff aber ohne waffe ich sehe einfach und ich fühle es die die füge das ist geil aber ich hab dir gesagt ohne waffen wenn du waffen benutzt dann hast du es egal wenn du waffen brühen nirgendwo nirgendwo wo du sagst nicht zu ernst nehmen für die zinsen mit der schistigen schockmann interessiert mich doch nicht ich komme dass keine kinder kommen die so r r um das war schon das war schon Genau, gleich kommen die zu den Eltern. Mama, guck mal, was ich kann. Hi, ja. Ja, jetzt machst du ha-ha-ha. Ich glaube, die Eltern finden das weniger, ha-ha-ha. Guck mal, hier gibt es solche Platte, da kann ich mir so ein rotes Schloss selber bauen. Ha-ha-ha-ha. Oder ein schwarzes. Oder es ist alles gemischt. So was will ich. Aber dann halt fertig. Ey. Anna? Ja? Hier kann man sich ein rotes, ein schwarzes und ein hirnenschloss bauen. Ich komm mal zu dir. Aber, ja, aber es gab auch mal die Häuser schon fertig. Du musst dir mal was anhören. Hört auf YouTube, hört weg. Aber Arne. Anna? Rot oder schwarz? Egal. Egal. Aber ich muss erst mal mein Haus bauen. Ich mache mir es einfach mit dem Haus. Ja, ich weiß ja wohl. Aber, guck mal. Die Sachen, die du hier siehst. Das ist ja rot. Ja. Ja. Und es gibt so etwas ja auch schon fertig. Ja. Ja, aber nicht in rot. Oder in schwarz. Ja, und? Dann nimm doch schwarz. Ja, aber das geht ja nicht. Weil das muss ich ja dann wieder selber bauen. Nein, dann nimm rot. Muss ich auch selber bauen. Dann geh bei fertig Objekt und dann nimm dir raus. Ich will ein schwarzes Schloss haben. Modern Haus. Ich will aber ein schwarzes Schloss haben. Digga, ich schwör. Das ist ein arme Englund. Hey, YouTube. Ihr seid geil. YouTube. YouTube. Bestes Streaming-Plattform. Ist das schon andere Leute in der Psyche? Äh, nee. Nee, außer ich. Und mich. Und du. Selber. Opfer. Empfiehl mich weiter. Wenn du einfach so alleine bist. Empfiehl mich weiter. Wenn du einfach alleine bist. Wenn du einfach so schien bist. Empfiehl mich weiter. Empfiehl du dich doch selber weiter. Geht nicht. Warum? Das ist dann Eigenwerbung. Ja, gibt's das Haus mit diesem... Ich nicht mehr? Nein. Wurde rausgenimmt. Es schneet. Wo? Wo schneet es? Bei uns. Kann man in dem ein Schiff da wohnen? Aber ich finde, ich bin im Schiff wohnt. Oh, süß! Ich wollte hier gucken, was das ist. Ah, süß, das ist ein Wende. Da hab ich dich erschrocken. Ist das gut, das Sound, oder ist das Sound gut? Wie machst du diesen Sound? Ähm... Das geht nur, wenn du auf PS4 spielst. Warum höre ich ihn denn? Ja, aber dann kannst du ihn in dem Heli machen. Ah... Und das ist Musik von D-Heli. Tschüss! Ich weiß, von wem die Musik ist, ja, aber... Von wem denn? Mama, warte ich schon. Von... HAL-JAH! Sonst, ich komme zu dir. Don't touch me there. Das ist mein NONO's Geräte. Dd-DD D-DD Das ist dein Summen clip. Sag, was? Bakst du dir vielleicht auch noch mal ein Haus? Warum mach ich das nicht da ganz weit hinten, Digga? weil ich schon fast fertig bin ich bin schon fast fertig mit meinem haus guck das hier ist wieder schwarz du baust dir dein haus selber nein schießt mich mal vom himmel oder lass mich mal vom himmel vor ich hab gerade verschitten ich weiß was ich gerade verstanden habe schießt mal bitte mein himmel nee schießt mich mal vom himmel oder lass mich mal vom himmel fallen also ich hab verstanden schießt mal meinen himmel und lass mich mal vom himmel fallen nee lass mal lieber ich kann auch deinen himmel erschießen dann hab ich ein klitzel kleines problem was das leben angeht ahne ja vala ohne waffeln ich hab keine waffen ich muss es ausräuchern ja weil ich bin nicht mehr in deinem live stream ich sag's nur ich räuchere es aus kannst du mal bitte bitte hör auf du hast waffen ich seh das wohl ich hab keine waffen und granaten granaten und ein benzinkanister ahne ich will immer noch in deinem live stream du hast zweite gefetten goldenen waffen dick ahne ohne waffen kleiner pisser ey youtube nicht ernst nehmen was gibt es hier schönes alles 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 was ist das ich bin schon fast fertig mit haus wo ist ja aber ein haus solche zeiten hm ja da ist schon mal ein tanke und haus such ich mir haus aber lass nicht so aber lass nicht machen dass du jetzt ja ganz hinten hinter dem buchte wohnst ja kannst du eigentlich entscheiden aber so bitte ne das ist ein laden ne und ich hab den mini laden hier gemacht ein mini lama computer leuten das ist mach mal dein haus nicht so dick an der tankstelle doch nein ich muss an der tankstelle noch rumwirkeln an der machst du nicht komm bitte oh da macht das haus weg ich wirkel so lange an der tank sorry aber ich find das dumm warum weil wir eine ganze scheiß map für uns haben und was machst du genau daneben ja weil sonst meckerst du wieder rum nö gar nicht ja ja okay du vielleicht eventuell so ein bisschen so ein bisschen Leute ihr müsst wissen ich mecker gern what the fuck oh jetzt unterhalten wir uns mal über ernste thema da ok nicht die tanke oh sorry warte ich mach die tanke nochmal mach die tanke nochmal neu du bist doch dumm warte hier mach hier hin wo die alte tanke war mach da eben neue hier 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 als es war ja es tut mir wahnsinn ich leid am zu holen i'm so sorry you waited ich tut es mir zwar nicht leid aber egal und jetzt frisch du dich nicht um gleich ist die ganze tanke wieder kaputt ich kann doch einfach dein haus kaputt machen das tust du nicht vielleicht vielleicht nicht tue ich auch nicht doch das tust du nein warum weil sonst gibts klatsche so und mein haus ist da ganz hinten hier so oben schön um 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 also das suche war und zumal hier eine halbe 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 ich baue grad wie in fortlein die echte tanke nach das sehe ich wohl weil ich hab diese echte zapfsäule hier ist ja wieder der Laden und mein Freunds auch üben stücken sluf 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 right for them to ask who you know no 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 please don't make any sudden moves ich hoffe das ist kein copyright ja aber ich glaube das war ein bisschen laut oder ja viel zu laut i'm sorry i'm sorry you hating wait you hate i'm sorry for filthy wo mit ich mal ich bin ich bin ich bin ich bin Nein! Kommt die Lade! Ich bin einnehmen! Ich hole mich, ich hole dich! Ich hole mich! Mit der Rune ist immer. Sofie, die Lade. Was kommt die? die ganze zeit läden ja bist du zu kompetent oder was ich habe immer früh um ein paar läden ich wohne einfach hier ganz in den wundern er zu mir will auf jeden fall ein auto ich bin nur so eine alte oma die nicht gestresst werden will ja nee lass mal auch wenn es leute ist Oh, das war ultra laut. I'm so sorry. Aha. Oh, ich brauche einmal deine Hilfe. Das ist jetzt so ein Schneegebäude, aber hier ist ein Gebäude mit Unterdingsbums. Das können wir als FBI... Ich habe eine Idee. Arne? Was? Also hier, ich habe gerade ein komisches Oma-Schneegebäude gespawnt. Schau, und da kann ich nämlich jetzt rein und dann ist da ein Keller und in dem Keller steht Scheiße. Das können wir ja als... Du weißt was. Was? Im Keller steht Scheiße? Was? Ja. Warum? Weil ich doch einfach nur reingeschissen habe. Ahne, halt deine Fresse, du weißt ganz genau, was ich mit Scheiße meine. Ah, ich dachte schon, du hast da reingekackt. Ahne, nein, ich habe dort nicht reingekackt. Ich kack gleich bei dir ins Haus. Dann kack ich halt mit deinem Oma ins Haus. Dann kack ich halt mit deinem Oma ins Haus. Und die macht die denn Aua. Du bist so ballaballa, alter Dicker, ich schwörst dir. Oh, my friend is toxic. Will ich jetzt Ärger von deiner Mutter? Was? Will ich jetzt Ärger von deiner Mutter, da ich das zu dir gesagt habe? Ne. Oh mein Gott, Lelow, you're toxic어중! Oh, bitch, me is so rude, and always negative. Be so fragile, undududududududu. Oh! Ich hab diesen Text im Kopf. Ja, ich hab die Tankstelle angepasst. Nee, ich hab sie angefasst. Warte, ich brauch einmal das Haus, was ich... So. Gibt's ein Haus, was sehr modern ist? Können wir gleich kurz Spiel starten dann? Ja, aber dann haben wir doch nicht unsere Handys, das ist doch scheiße. Die brauchen wir nicht. Kannst du die umbringen. Die brauchen wir nicht. Aber Arno... Aha. Ich sehe dich in einem Stream, ob du Waffen hast oder nicht. Und ich drücke dein ganzes Haus, wenn ich irgendwo finde oder sehe, dass du Waffen hast. Ist vorbei. Okay? Dann mach ich... Dann platier ich... Auch nö. Spaß. Hallo? 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 How are you? I'm interested in water. Ähm, I'm interested in water. Glug, glug, help me. Glug, glug. Der hat die Gruppe verlassen wieder? Gut, wollte ich gerade mal nicht, wollte gerade schreiben. Ich bin... Kannst bitte die Gruppe auf privat machen oder so? Du bist Gruppenanführer. Ja, dann halt so. Dann mach ich das gleich auf privat, weil... Oder lad dir zumindest von sich mal ein. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich schwöre dir. Aber ich kenne Simon. Herr Bahner? Ich hab jetzt so ein Haus, ne? Und ich wollte... Ach so, na alles gut, ich hab schon. Na ich hab schon, ich hab schon. Ich stell grad bei meinem Fahrzeug was an. An. Ein. Sorry. Ein. Wo gibt's einen Bürostuhl in einem Haus? Ich mach bei mir auch was gleich richtig fresh. Und zwar mach ich ein Gaming-Zimmer. So richtig fresh. Ich hab nix gemacht. An. Anime. Annie, anime. An. Anime. Mach ich. Jetzt überhaupt nicht. bride. Okay, um... Nein! Okay, aber... Und ich bin so dum. Digga. Ah, das ist so schrecklich. Und ich bin so dum. Und ich bin so dum. Und ich bin so dum.